Was geht, Freunde da aus, Matt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich dachte, der macht erstmal Urlaub. Meine Damen und Herren, liebe Deutsche, dieser Song ist für einen Mann mit dem sexy Namen Olaf. Olaf ist der Kanzler von Deutschland, doch er hat ein Problem. Ja, eins? Er ist scheiße, langweilig. Das stimmt allerdings wirklich. Von der BRD, Mitglied der SPD, Olaf ist King, doch leider gibt's was, was ich nicht verstehe, selbst wenn ich feiern gehe. Das Problem ist, was willst du als nächstes wählen? Die CDU? Man, wer möchte die schon wieder da oben haben? Die SPD? Die Grünen mit Grün zusammen? Die kriegen's nicht gebacken? Das wird alles nur noch schlimmer? Tja, ich glaube, ich stell mich auf. Tut es mir furchtbar weh, weil ich von Olaf wirklich keine Emotionen seh. Das stimmt eigentlich. Ich hab den eigentlich noch nie lachend sehen oder so. Krass. Im Zuhören ist ne Qual, Reporter fragen ja. Wieso? Ja, sag doch eh kaum ein Wort, Alter. In dem Interview, wo die gewonnen haben, da hat der da auch kaum gequatscht, oder? Also zumindest das Stückchen, was ich gesehen hab, das war mir dann zu langweilig. Und da hab ich gedacht, nee, weil dann hat auch die von den Grünen gequatscht, dann hatte ich sowieso keinen Bock mehr, die zu sehen und hab ausgemacht. Die ignoriert er gerne mal, sogar die alte Queen besitzt mehr Energien. Um Himmels Willen, bitte bringt dem Olaf Koffein. Oh, 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 Olaf, wach auf und schlaf nicht ein. Oh, 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 Olaf, du musst nicht traurig sein. Tu mir mal ein Gefein und lass es richtig klein, bist du als Kind in einem Schlaftabletten-Trank gefein. Oh, 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 Olaf, und... Er hat es doch richtig klein lassen, die Löhne wurden erhöht. Er kriegt jetzt über 30.000 und die anderen Abgeordneten, die das jetzt kriegen, zwischen 20.000 und 25.000. Monatlich sei gemerkt, ja. Ich glaube, das ist denen ihre Antwort auf die Inflation. Perfekt. Die anderen dürfen weiter zugucken, wie sie Fressen kriegen und die erhöhen einfach mal ihre Löhne daraufhin. Perfekt. Ich will nicht wissen, wo sich was tut. Ich glaube, Olaf, hast du einen Witz gemacht, doch niemand lacht sich schlaf, Olaf. Dann ist es ja kein Witz, wenn sich jemand... Doch, ein Flachwitz. Der hat es satt, weil man den Witz einfach akustisch nicht verstanden hat. Wir machen Party, wir feiern die ganze Nacht zusammen mit unserem... Olaf! Schmeißt eure Hände hoch, zieht die Klammer... Können Politiker überhaupt Witze machen? Wahrscheinlich nur solche Witze, die die untereinander auch selber verstehen, aber sonst? Ich glaube nicht. ... alles nur für unseren... Alle zusammen jetzt... Wacht bitte auf, lieber... Was ist denn los? Was ist nur geschehen? Ey, Olaf, wie glaubt ihr, wir können nichts verstehen? Oh, 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 Olaf, wach auf und schlaf nicht dein. Oh, 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 Olaf, du musst nicht traurig sein. Schon mir mal ein Gefeind und lass es richtig knallen. Bist du als Kind in deinen Schlaftabletten-Trag gefeind? Oh, 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 Olaf. Und jetzt fehlt bloß noch der brennende Pfeil, Alter. Richtig klein, bist du als Kind in deinen... Aber was meint ihr? Hat der eine Wikinger-Beerdigung verdient? Ich glaube nicht. In Schlaftabletten-Trag gefeind! Das war's. Schade. Hi, ich bin Fresh Torge. Im Herbst diesen Jahres bin ich wieder auf großer Live-Tour in Deutschland. Ah, okay, cool. Okay, das war's. Das war aber cool, Alter. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Ü zum个, Christian. . . . . . Bis zum nächsten Mal.